Plattformarbeit, auch bekannt als Gegeconomy, hat sich im vergangenen Jahrzehnt verfünffacht. Dabei bieten Personen Dienstleistungen an, die über eine digitale Plattform organisiert werden, die sie mit Kunden verbindet. Es kann sich um eine standortbasierte App handeln, die Jobs wie Essenslieferung, Taxi oder Handwerksdienste vergibt. Oder um webbasierte Plattformen, die Arbeiten wie Übersetzung oder Grafikdesign auslagern. Die Plattformen schaffen neue Arbeitsmöglichkeiten. Aber es gibt Herausforderungen in Bezug auf die Arbeitsbedingungen und das algorithmische Management der Plattformarbeit. Die EU hat eine Konsultation zu den Rechten von Plattformarbeitern gestartet und lädt Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände ein, eine Einigung zu finden. Gibt es diese nicht, wird die Kommission bis Ende 2021 eine Gesetzgebung ausarbeiten.